Auf das der Kunde, auch hier in unseren Kommentatoren, der Bühne einzubringt. Die ganze Ehele-Seite haben wir schon eine ganze Weile drauf gewartet und eben ist es auch soweit. Und Nico Rosberg kann das ganz bestimmt auch. Da kommt er im weißen SL63 AMG. Natürlich beide offen bei diesen Temperaturen, auf jeden Fall, aber natürlich die Heizung auf volle Brünne und Maximum gestellt. Jetzt geht es rechts ab für den USM, derweil die Mitfahrer des Trucks, so langsam aber sicher hinabsteigen. Bei den Loh sehen wir da, Susi Wolf, gerade eben hat Sarah Winkler es ja schon gesagt, sie ist ab sofort die offizielle dritte Fahrerin bei Williams Mercedes Team. Also, sollte vielleicht mal nächstes Jahr Philippe Massa in einem Grand Prix Krippe haben oder irgendwie der Kollege Walter Rebotas Halsweh, dann wäre Susi Wolfs große Stunde, wäre sie auch bei einem Grand Prix dabei. Und dann würde wahrscheinlich Bernie Andrew Storms Großvision endlich in Erfüllung gehen, dass auch einmal eine Frau in der Formel 1 ins Volant greift. Also, das war Corso Nummer 1. Und wir machen weiter. Mit wem machen wir weiter? Das ist die Information, die mir im Moment fehlt. Und ja, wir schauen einfach noch einmal einen Film. Haben Sie Lust? Dann also, jetzt geht's los. Ciao. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin. Ja, das ist immer noch eine Kamera. Wir machen. Hey! Hi! Vielen Dank. Ich bin. Einfach nicht. Ich bin. Geht die Kamera im. Ich bin. Ich bin. Er habe mich schon. Ich bin.